hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir dem einem zocker heute mal wieder hier ein bisschen kurz mal spenden das habe ich heute im klon den braucht man eigentlich ich hasse diese kann braucht man eigentlich gar nicht verbessern das ist wie immer mein deck das spiele ich jetzt wieder erst mal du komm freund und ich hoffe es läuft gut für mich damit ist jetzt nicht der beste vom ich glaube er ist level 9 ich hoffe mein gegner ist jetzt nicht die team ist hier also nice die setzen das kam setzen die das kobold fast falsch das würde ich auch machen erst mal richtig hart skrubelt was falsch setzen der war ganz gut der feuerball so hätte ich es mir erhofft was sind das für abfucker brauchen neues deck 6 ist denn nicht so gut was will mein gegner er sieht dass ich ihn auf dem höheren level habe er setzt ihn davor also ich weiß sein problem nicht aber jetzt sogar spielen weiß ich nicht ob er das kann jetzt müssen wir mal ein bisschen pushen ja gut würde es nicht da rüber ziehen das wäre schwer für mich was macht der freak picky dillys circus weißt du halt deinen maul bei der wahl setzt den gift selbst den gifft ihr setzt den gifft setzt den gifft ihr setzt den gifft ich würde den gift einfach setzen setzt den gifft ihr seht den gifft Ja, ich würde den Gift einfach setzen. Setz den Gift, ja, setz den Gift, ja. Ich würde den Gift immer noch einfach setzen. Schalalalalala. Das Spiel geht aufs Kronenkau hinaus. Ich fuhre mich schon darauf. Schalalala. Pikadilly Circus. Pikadilly, Pikadilly, Pikadilly. Pikadilly, Pikadilly. Die denkt sich nur niemals. Die holen unseren Tower-E mit Pikad und so Zeug. Also meine Hoffnung, ja eben, mit was die da kommen. So, er switcht jetzt durchgehend sein Deck. Ah, wir haben gewonnen. Nice. Aha. Als ob wir den Scheißbach gewonnen haben. Nee, nee, nee. Ich brauche ein anderes Deck. Ich bin nicht der Beste mit dem. So. Hm. Das Deck passt. No. Ah. Normaler Fight. Nice. Nice. Geht schon irgendwie. Mein Gegner muss nur jetzt was setzen, damit ich kontern kann. Ich glaube, der wartet auf mich. Er kommt gleich mit dem Megaretter oder so. Dann setze ich Ding und Ding. Ich glaube, er denkt, ich lasse mich absteigen. Er kommt mit dem Golem. Ein Fledermäusen. So lappig, hätte ich jetzt nicht erwartet von ihm. Bensi kann man machen. Und ich hoffe, er kommt jetzt mit Lakaien heute. Also, hier kommen jetzt meine Pfeile. Oh, das war ganz gut predicted. Ich hoffe, er hat jetzt nicht. Also, hat Pussy-Karte. Im Decki. Jetzt in Alex. Jetzt kriegt er Kiechen. Renn, 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 Renn. Fuck. Wir haben nicht viel Damage. Wir haben fast gar kein Damage gemacht. Der denkt, er schafft es mit Feuergeistern. Zack. Er hat auch Pfeile im Deck. Habe ich jetzt gemerkt. Er hat meine Pfeile für was anderes jetzt aufgehoben. Aber das sind ja seine Pfeile. Sollte es sich noch hingehen? Hallo. Danke. Dieser Pfeile deckt. Okay, gut. Ich habe gewonnen. Gutes Spiel. Wenn ich jetzt noch verlieren würde. Jo, jetzt komm. Nicht traurig sein. Ich habe nur gewonnen. 32 Trophys. Ja, ich will mein Deck noch im Duokampf zu kurz testen mit euch. Ich weiß noch die Zeiten, wo der King Jai, der Königsriese, richtig OP war. Okay, er hat Golem. Er ist jetzt ein King. Ich würde jetzt sofort friezen. Und er kann mit dem Friesen schon mal gar nicht umgehen. Ja, er hat jetzt auch nicht das beste Deck, aber ich sag mal nix. Oh, mein Pfeile deckt war jetzt kacke. Ja, dann wäre ich heute die hier ab. Er prediktet so kacke. Und es war nie her, als ob die Nacht hinein würde ich da nicht rankommen. Wenn der Ding am Power schlägt, setze ich eh lieber Autschis. Nein, du bist so dumm. Wäre doch nett. Entschuldigung, was hast du eigentlich drauf? Ich glaube nicht so viel. Nice. Die haben heute beide Tümmerschäden angeschlagen. Was hat denn mein Team mit? Also ich weiß nicht, was der drauf hat, aber ich hab kein Vertrauen mehr in mein Teammate. Hat mein Teammate, bitte ich. Teammate, ich hab kein Feuerball. Und ein Zapp. Das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst, oder? Der Predikt von den Gegnern war scheiße. Sorry. Ich muss... Ach, äh... Doch nicht. Hier kommen eh lieber Autschis. Ich brauch meine Pfeile. Ich brauch unbedingt meine Pfeile. Ach, nee, doch nicht mehr. Hier, du kommst hier. Jetzt müssen wir nur noch verdeckten. Hallo, Teammate. Links, danke. Okay. Oh mein Gott, das wird es knapp. Die können halt jetzt auf beide Seiten pushen. Das war mal wieder ein guter Predikt von meinem Team. Aber Teammate kannst du bitte... Abwehren, dann... Wir verlieren das Ding. Wenn die mir nicht abwehren. Achso. Oh mein Gott, da... Er hat mein Leben gerettet. Es war anfordern. So, ich will jetzt keine Kluge mehr. Die drei in den Ferne tun. Ich will noch mal kurz meine Karten. Ich hab 73 von 77. Wie viel? Wie viel? Lechis? Hm. Das ist richtig kacke. Das... Ich brauch die Lechis. Oder wenigstens die hier. Ich liebe die zwei Lechis. So, ich will jetzt einfach mal hier... Und dann sagen, das war's mit dem Video. Freut euch morgen wieder auf ein neues Video. Dann würde ich einfach mal sagen, tschüss.